Uns kann nichts aufhalten, Miss Dixie. Nicht so ein tolles Team wie dich und mich. Hallo, na kommst du auch zu Vanessas Sauna-Party? Was denn für eine Party? Heute Mittag bist du nicht eingeladen? Nein. Sie weiß bestimmt, dass ich sowieso nicht kann. Was hat sie gesagt, als du abgelehnt hast? Soll das ein Witz sein? Gutes Essen und Sauna kann ich doch nicht ablehnen. Aber du weißt doch, heute steigt das Westernreit-Turnier. Ja und? Wieso soll ich da rumhängen, wenn ich gar nicht mitmache? Aber du könntest trotzdem hingehen. Warum? Du hast mich ja nicht eingeladen. Außerdem hast du Schiss, öffentlich mit mir gesehen zu werden. Aber wenn du anderer Meinung bist... Dann geh doch, ist ganz egal. Na schön, das mache ich. Jerry? Was? Hast du nicht vergessen, mir Glück zu wünschen? Wieso sollte ich denn? Alles, was du anfasst, gelingt dir. Hast du vor, mich zu verhexen? Wenn das so einfach wäre, dann könnte ich ja immer gewinnen. Ich bin wohl der Erste? Sozusagen, ja. Wie ist das gemeint? Tja, also die anderen haben abgesagt. Oh, verstehe. Ja, sie können eben nicht. Wir sind allein, wenn du nichts dagegen hast. Nein, gar nichts. Ganz locker, hier ist was zu trinken. Nein, danke, lieber nicht. Alkohol ist nichts für mich. Das hier ist ganz neu auf dem Markt. Alkoholfrei. Ja? Mhm. Das Zeug schmeckt wie Champagner. Aber das könntest du sogar den Nonnen im Kloster andrehen. Wirklich? Mhm. Oh, wenn das so ist, trinken wir auf einen Westernreitfreien Tag. Darauf trinke ich auch. Weißt du, eine Freundschaft mit einem Mädchen ohne Hintergedanken ist was Tolles. Ich meine... Ja, genau. Einfach toll. Ja. Das ist echt viel besser als diese Typen im jungen Internat, sag ich dir. Wollen wir in die Sauna? Was meinst du? Nein, nicht zu hastig. Lass uns erst was essen. Ich hab deine Lieblingsgerichte da. Trink aus. Voila. Zwei-stöckige Schokotorte mit Vanillecreme-Füllung. Wirklich? Ist ja abgefahren. Das ist meine absolute Lieblingstorte. Das weiß ich. Ich hab deine Mutter gefragt. Hast du das, ja? Ich hab irrendurst. Ich hol mir ein Glas Wasser. Willst du... Ist da wirklich kein Alkohol drin? Nein, echt nicht. Die Bläschen von einem zu Kopf steigen. Die was? Das hast du immer bei Traubensaft mit Kohlensäure. Bläschen? Mhm. Ich hol dir erstmal einen Schluck Wasser, dann gehen wir in die Sauna. Das macht dich wieder fit. Bläschen. Komm, du Faultier. Wo ist deine Badehose, hä? Was? Keine Ahnung. Jerry, zieh dein Hemd aus. Brauchst du Hilfe? Nein, nein. Hör auf, ich bin Kitz. Oh, der kleine Jerry ist kitzelig. Nein, hör auf damit. Na, komm schon, Jerry. Hör auf, bitte. Vanessa? Mama, was machst du denn hier? Du wolltest doch... Darf ich mal fragen, was das zu bedeuten hat? Wir wollten nur in die Sauna nach dem Essen, Frau Held. Und ihr habt getrunken? Oh nein, das ist nur dieses alkoholfreie Zeug. Ach ja? Und wieso bist du dann angetrunken? Was? Dachte ich doch. Champagner. Es war doch nur eine Flasche. Ich hätte es wissen sollen. Heißen Dank für diese Einladung. Hör mal, mh, klingt ja schrecklich. Hallo. Hat Wendy schon allen Richtern des Turniers den Kopf verdreht? Was ist denn? Habe ich was Falsches gesagt? Sie ist nicht auf dem Turnier. Sie ist im Krankenhaus. Im Krankenhaus? Sie wird nicht mitreiten. Sie hat im Augenblick eine gewaltige Pechsträhne. Ich glaube, ich habe dich heute Morgen doch verhext. Wer weiß, vielleicht. Tut mir echt leid. Wie geht's denn, Bianca? Sie hat sich die Rippen gebrochen und eine Verletzung in der Lunge. Oh nein. Abgesehen davon geht sie einigermaßen gut. Dann kannst du immer noch dahin gehen. Wohin denn? Zu dem Westernreitturnier natürlich. Es ist doch noch Zeit, oder? Ich glaube schon, aber Wendy ist nicht gerade in der Stimmung zu starten. Wisst ihr, sie hat sich immer wieder die Sauerstoffmaske runtergenommen und gesagt, ich soll doch noch starten. Dann musst du es tun und du gewinnst für Bianca. Genau das würde sie wollen, Wendy. Ja, doch ihr habt etwas vergessen. Mystixi will nicht in den Anhänger. Geht beiseite, ich werde Mystixi allein auf den Hänger führen. Du wirst es schaffen, Wendy. Komm schon, Wendy, noch zwei Fässern. Du hast es geschafft. Wendy, nicht so nah ran, nicht so nah. Mist. Oh nein. Was hat das zu bedeuten? Ist sie draußen? Nein, noch nicht. Kann sie sich noch platzieren? Keine Ahnung. Sie muss jetzt unbedingt die Nerven behalten. Ich hab's voll verpatzt, oder? Nein, hast du nicht. Und wie kann ich jetzt noch gewinnen? Ich krieg bestimmt noch nicht meine Platzierung. Doch, du hast noch eine Chance. Es kommt nur noch die Geschicklichkeitsprüfung. Das ist doch für Mystixi ganz leicht. Aber ich fühl mich irgendwie unsicher. Hör zu. Du hast Talent. Du siehst spitze aus. Und Glück hast du auch. Ich und Glück? Herr Krämer, ist irgendwas mit Bianca? Nein, sie hat nur darauf bestanden, dass ich herkomme und dir das hier vorbeibringe. Obwohl ich selbst sterbenskrank bin. Hier. Was ist das? Das soll eine Hasenpfote sein. Sie hat mir einen Glücksbringer gezeichnet. Glaubst du denn, das nützt was? Darauf kannst du dich verlassen. Jetzt kann absolut nichts mehr schief gehen. Herr Krämer, ich danke Ihnen. Und ich sollte dich in die Armen nehmen. Viel Glück. So weit ist es ganz gut. Wenn die los. Oh, tut mir leid. Ich sollte nach Hause gehen und mich wieder hindicken. Danke fürs Kommen, Paul. Ja. Was ist denn passiert? Sie hält sich fantastisch. Sehen Sie. Ich kapiere dieses System einfach nicht. Wie werden denn die Punkte gezählt? Also, passen Sie auf. Wenn dies Leistung wird zu 75 Prozent bewertet. Und die restlichen 25? Die sind für Haltung und Geschicklichkeit des Pferdes. Darf man eigentlich Reitgärten benutzen? Nein, die kommen nur beim englischen Stil vor. Beim Westernreiten reagiert das Pferd nur auf Zügel- und Schenkeldruck. Ah, verstehe. Sonst noch eine Frage? Nein, nein, nein. Wenn Sie was nicht verstehen, fragen Sie ruhig. Wie sollen Sie sonst was lernen? Schönen Dank, Flavio. Wie sieht's aus? Was meinen Sie? Das kann ich nicht sagen. Es kommt jetzt auf das Urteil der Schiedsrechter an. Ich glaub, sie hat sich gut geschlagen. Beim ersten Mal kann sie nicht erwarten, dass sie gleich in der Spitze liegt. Und schon gar nicht nach einem so schlimmen Tag. Vielleicht schafft sie noch den dritten Platz. Der dritte Platz geht an Regina Willen. Jetzt pass auf, als Nichte kommt wir endlich. Aufgeben Sie weiter. Ist doch schön, dass sie es wenigstens so weit geschafft hat. Richtig, und wir müssen sie weiter unterstützen. Sie darf nicht den Mut verlieren. Was soll's, Wendy ist ja schon ein Champion beim Springreiten. Und die Gewinnerin des Golds und Hubeis ist es. Das Mädchen kann doch nicht überall gewinnen. Wendy Johnson! Und die Gewinnerin des Golds, Wendy. Ja!